Es gibt natürlich Leute, die Flensburg nur kennen, weil es hier kraftfreit Bundesamt gibt. Es ist eigentlich ein bisschen schade, dass immer als erstes wirklich in den Köpfen steckt, Punkte, Flensburg. Genauso schön wie ganz Deutschland immer uns mit Beate Use verbunden hat. Wir haben also zwei Gesichter, einmal das Sexgesicht und das Verkehrsgesicht. Und Punkte? Tja, ich habe keine, brauche keine, Fahrfahrt. Ja, einen. Ich habe mal welche gehabt, aber die sind schon lange gefahren worden. Ne, ich nicht. Die berühmte Ampel am Zopf. Ja, die blitzt ganz gerne mal. Da hast du einen Punkt für bekommen? Eine Nachschulung auch noch. Oh Gott, du bist da richtig rübergebrettert. 500 Euro. 500 Euro. 80 Euro. 1. USK 誰